Was geht denn hier ab, ey? Oh, hier kommen Gegner. Ohne Ende. So wie es aussieht. Dachte eigentlich, ich kann jetzt ganz, ganz entspannt hier mal den Kollegen da hinten wegknallen. So. Erinnerung, der Aufprall. Schwierigkeit 100.000. Über 3 Millionen. Oh, VIP-Service. Danke an meinen Hirn. Jason Brody. Kann ich den von hier hinten noch killen? Wahrscheinlich nicht, ne? Erkunde das Gefängnis. Ist das Jason? Was verdammt macht er denn hier? Dir kann ich nicht vertrauen. Du hast nie gehorcht. Du gehörst in einen Käfig. Ich will ihn tot sehen. Oh, hey Jason. Ich hab dich gar nicht gesehen. So, Jason Brody ist down. Also, fürs Erste. Oh. Oh. Ein bisschen einkampen hier, Alter. Ich muss mich dreimal befreien und dann ist gut, oder was? Interessant. Da hinten ist noch einer. Okay, das ist nochmal so ein Boss. Okay. Okay. Na komm schon. Hab ich. Schmeißt du irgendwas? Bruder. Was schmeißen die denn da dauernd? Ist hier halt seine Energie nicht, ne? Ah komm schon. Ach ja. Neuer Plan? Sein neuer Plan oder mein neuer Plan? Ich wüsste gerne mal, wie viel Energie der da noch hat. Was? Ich seh's halt nicht, ne? Das ist mein größtes Problem. Da hinten ist auch noch einer. Oh, jetzt seh ich's. Ist gut. Wenn du Headdy triffst, ist es sowieso am besten. Ich heil mich mal einmal. Ach. Hier gibt's doch noch genug Kisten, die ich blindern kann. Junge, der muss soweit mal down gehen. Gebt das doch nicht. Ich hab nur noch acht Schuss, ey. Ich komm da auch nicht so weit ran. Das ist mein zweites Problem. Okay, der ist down. Sehr gut. Dann hol ich mir mal hier ein paar Kisten. Bevor ich mich dann zweites Mal befreie. So, Energie haben wir. Ein bisschen Muni haben wir auch wieder. Wie war das? Vierer uns darunter braucht. Ich habe es einfach mal in den H"... Guter! Nein. Ich habe das. Ich habe das. Das ist aber auch wichtig. Ich habe das! In mir noch. Ich habe das. Junge, ich müsste mal hier irgendwie rein. Okay. Ich trau mich, ich trau mich, mich gar nicht zu heilen. Kommt mir so viele Gegner noch? Okay, einmal könnte ich mich noch heilen. So, jetzt muss ich mich mal schnell selber hier holen. So, einmal noch. Äh, Bruder. So. Was geht denn hier ab, ey? Oh, hier kommen Gegner. Ohne Ende. So, wie es aussieht. Ich dachte eigentlich, ich kann jetzt ganz, ganz entspannt hier mal den Kollegen da hinten wegknallen. So, dass ich meine dritte Gute, Gute, Gute Hälfte mal wegholen kann. Ich glaube, ich habe noch 17. Ich muss irgendwie da hinkommen, Alter. Ich bin hier ein bisschen, ein bisschen los gerade. Langsam mal ein bisschen vorkämpfen. Ich weiß nicht, ich bin nie. Oh, komm schon. Es sind auch nicht mehr viele, ne? Okay, zeig dich doch mal, zeig dich doch mal hier. So, jetzt heile ich mich mal kurz und jetzt holen wir uns den Typen. So, da oben bin ich zum dritten Mal. Zack, okay. Okay. Du hast es geschafft, ich zeige dir deine Belohnung. Ein Stück! So, ich habe die Mission abgeschlossen, würde ich mal sagen. Abgefahren, Alter. Abgefahren. Piu-piu. Aber das ist schon echt, das ist schon echt... Fetzt. Okay. Nee, das war es noch nicht. Wie wollen die hin? Okay. Abgeschlossen, der Aufprall. Okay. Okay. Okay.